Mein Name ist Hans-Joachim Heist. Ich wohne seit über 30 Jahren in Funkstadt und ich wohne und liebe gerne hier. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ohne Kultur ein soziales, kommunales, soziales Miteinander nicht möglich ist. Und deshalb stehe ich in dieser Stadt auch für die Kultur. Und deshalb gebe ich Ihnen die Empfehlung, mich am 14. März zu wählen, natürlich auf der Liste der SPD. Untertitelung des ZDF für funk, 2017